In ihrer großen Weisheit schufen die Götter Tellara am Nexus der Ebenen. Durch die Pracht dieser Welt wurden Regulos und sein Blutsturm angelockt. Den glaubensstarken Telaranern erlang es, Regulos zu verbannen. Auch die Drachen wurden mit List und Tücke eingesperrt. Gefährliche Unruhestifter brachen den Ball. Der Tellara vor Regulos schützte. Und die Blindgläubigen blieben untätig, als die Risse außer Kontrolle gerieten. Nun müssen die Mächtigen mit dem Beistand der Götter Tellaras Feinde bezwingen. Und kluge Geister müssen Maschinen bauen, falls die Götter versagen. Kein Skeptiker wird die Welt umstürzen. Kein Wächter wird unsere Zukunft bestimmen. Wir wurden erkoren. Wir haben die Macht. Wir sind die Auserwählten.